Heute wollen wir mit unserem Gast zum Café mal ein paar Fragen rings um den 11. September diskutieren, die nicht so ganz der offiziellen Lesart entsprechen. Herzlich willkommen dem Bestseller-Autor Matthias Pulkas. Sind Sie ein Verschwörungstheoretiker, Herr Pulkas? Verschwörungstheoretiker ist ja seit dem 11.09. jeder, der auch nur leise Zweifel an der offiziellen Geschichte äußert. Ich selbst habe keine Verschwörungstheorie zu bieten. Ich habe vielmehr Verschwörungstheorien analysiert und komme zu dem Schluss, dass die offizielle Geschichte, wie sie in dem Abschlussbericht und jetzt überall in den Zusammenfassungen gezeigt wird, dass die eine klassische Verschwörungstheorie ist, weil definitive Beweise dafür liegen bis heute nicht vor. Ein spannendes Thema. Ein Fünftel, glaube ich, aller Deutschen, so die aktuellen Umfragen, glauben auch nicht so ganz, dass das alles so wahr ist, wie das die offizielle Lesart ist. Sie können dieses Buch gewinnen. Sie können anrufen bei uns im Studio, liebe Zuschauer. Klingeln Sie einfach rein mit Ihren Fragen 0182 15 15 18. Herr Pulkas, es gibt ja nun so manch ungelöstes Rätsel. Ihr Buch ist voller Kapitel. Ich habe es mit großem Interesse gelesen. Was sind denn so die Fragen, wo Sie sagen, das muss doch jedem auffallen, dass hier was nicht stimmt? Das erste ist dieser Abschlussbericht, 580 Seiten, der 2004 vorgelegt wurde. Die Bush-Regierung wollte das Ganze erst überhaupt nicht untersuchen. Dann haben die Opferangehörigen Druck gemacht und haben gesagt, wir wollen aber wissen, warum unsere Angehörigen da im World Trade Center ums Leben gekommen sind. Dann hat es 15 Monate gedauert, bis eine Untersuchungskommission eingerichtet wurde. Die bekamen dann 3 Millionen Dollar als Budget. Zum Vergleich, der Clinton-Monika-Levinsky-Skandal bekam 30 Millionen Dollar zum Untersuchung. Daran sieht man schon, es ging da nicht um eine richtige Untersuchung. Und dann hat man den Kern der Geschichte in diesem Bericht. Der basiert auf den Aussagen eines Menschen, Khalid Sheikh Mohammed, der 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde. Und eine solche Aussage würde von keinem Amtsgericht der Welt, auch nur 5 Minuten, akzeptiert. Die müssen wir aber heute akzeptieren, weil das ist der Kronzeuge der gesamten Geschichte. Und allein das reicht in meinen Augen aus, um zu fordern, dass der 11. September richtig mit kriminalistischen, staatsanwaltlichen Methoden, wie sie in Rechtsstaaten üblich sind, untersucht werden muss. Das eine, was Sie gerade angesprochen haben mit dem Budget, ist ja ein wirklich lächerliches Budget für diesen Untersuchungsausschuss. Wir gucken uns das mal ganz kurz genauer an. An dem 9-11-Commission Report hat eine Untersuchungskommission bis zum Jahre 2004 gearbeitet. Wie jeder Untersuchungsausschuss war auch dieser mit einem Budget ausgestattet. Um den Terror vom 11. September aufzuklären, standen der Kommission insgesamt 15 Millionen Dollar zur Verfügung. Doch manche Zahlen wirken erst so richtig, wenn man sie ins Verhältnis setzt. Zum Vergleich, um die Affäre Clinton-Lewinsky zu durchleuchten, hatten die Ermittler 30 Millionen Dollar zur Verfügung. Also doppelt so viel wie beim 11. September. Jetzt gibt es ja so viele Fragen. Fangen wir mal damit an mit den Bildern, die wir heute auch in der Sendung schon gesehen haben. Da rauschen zwei Flugzeuge in die Twin Towers, das Wahrzeichen von Manhattan damals. Und die USA als Militärmacht Nummer 1 hat es stundenlang nicht hinbekommen, Abfangjäger da hochzuschicken. Und diese Maschinen, das eine kam ja wesentlich später als das andere in den zweiten Turm. Woran liegt das? Das ist eigentlich unerklärlich, weil es gibt Standardprozeduren der Luftsicherheit, die überall auf der Welt gelten. Und wenn ein Flugzeug sich dreimal nicht meldet bei dem Fluglotsen, dann wird ein Abfangjäger hochgeschickt. Das hat an diesem Morgen, dass alles nicht funktioniert hat, dass etliche Maschinen zum Teil fast eine Stunde lang völlig unbehelligt dort herumfliegen konnten. Das hat damit zu tun, dass zum einen die Gesetze der Luftsicherheit drei Monate vor dem 11. September geändert wurden. Zwei Tage danach hat man sie dann wieder zurückgeändert. Und es hat vor allem damit zu tun, dass an diesem Morgen, was bis heute kaum jemand weiß, was auch leider selten thematisiert wird in den Sendungen zum 11.9., dass Manöver stattgefunden haben. Die US Air Force hat an diesem Morgen im Luftraum über Washington und New York genau das trainiert, simuliert im Rahmen eines Wargames, was dann Realität wurde. Das heißt, es wurden unter anderem dabei den Fluglotsen falsche Radarsignale auf ihre Radarschirme gefunkt. Und das erklärt zum großen Teil diese ganze Verwirrung, die da am Morgen herrscht, die wir auch in dem Funkverkehr der Fluglotsen dann noch nachhören können, wo die sagen, jetzt stellt doch mal die scheiß Simulation aus, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Also die Hijacker, Osama Bin Laden aus seiner Höhle, der das ja organisiert haben soll, müssten sich dieses Militärmanöver zunutze gemacht haben. Und das ist doch äußerst unwahrscheinlich. Wie soll der überhaupt davon wissen, was genau an diesem Morgen trainiert wird und die Verwirrung, die dadurch entstanden ist, nutzen für diesen Anschlag. Spannende Fragen, liebe Zuschauer. Sie können weiter gern bei uns reinklingen, aber wir wollen Ihnen zunächst einmal unseren Studiogast kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es genau heute hier zu tun haben. Matthias Bröckers, Jahrgang 1954. Geburtsort Limburg. Beruf freier Journalist und Autor. Wir sagen das mal so. In der ersten Karriere als Autor lag ihm der Hanf am Herzen. Bröckers veröffentlicht darüber Bücher und wird bei der Hanfhaus GmbH aktiv. Dort geht es ihm nicht ums Rauchen, sondern sozusagen um den Stoff. Mit dem 11. September 2001 verändert sich nicht nur die große, weite Welt, sondern auch seine. Bröckers verbeißt sich in dieses Thema bis heute. Bereits 2002 veröffentlicht er sein erstes Buch Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.09. 2003 folgt Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.09. Als Spinner wird er nie abgetan, auch wenn er als Verschwörungstheoretiker gilt. Denn Bröckers stellt keine verwegenen Theorien auf, sondern zeigt unzählige Ungereimtheiten auf. Zum 10. Jahrestag hat er nachgelegt. 11.09. 10 Jahre danach. Der Einsturz eines Lügengebäudes. Ein beeindruckendes Werk unseres Gastes. Matthias Bröckers. Dann gab es ja, Herr Bröckers, einen britischen Flugingenieur, der unter anderem, wie viele andere auch, die These aufstellte, dass diese Maschinen nicht von den Piloten in diese Twin Towers gelenkt wurden, sondern über den Bordcomputer da reingesteuert worden seien. Es spricht sehr viel dafür, dass diese 19 Hijacker überhaupt nicht in der Lage waren, diese Flugmanövre so auszuführen. Der eine, Hanni Hanjur, der dann ins Pentagon geflogen sein soll zum Beispiel, der hat einige Wochen vorher versucht, eine einmotorige Cessna sich auszuleihen, hat seinen Pilotenschein gezeigt und die haben gesagt, ja, kein Problem, eine Proberunde fliegen wir mit Ihnen, ob Sie das überhaupt können. Man hat diesem Mann dieses einmotorige Kleinflugzeug dann nicht ausgeliehen, weil die Vermieter gesagt haben, Sie können ja gar nicht fliegen und noch nicht mal richtig Englisch für den Funk. Dieser Mann soll dann ein hochkompliziertes Manöver geflogen haben mit einer großen Boeing 737, die am Ende zwei Meter über dem Boden mit 800 kmh in das Pentagon reinrast. Das ist schlechterdings unmöglich. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie gerade den Führerschein bestanden haben und eine Woche drauf steht in der Zeitung, Sie haben das letzte Formel-1-Rennen vor Sebastian Vettel gewonnen. Also da gibt es erhebliche Zweifel, dass die Hijacker flugtechnisch, aeronautisch überhaupt in der Lage waren, das zu tun und das eben schon angesprochene Manöver, das würde ein Szenarium bieten, in dem man sich sehr gut vorstellen kann, dass eben so eine Fernsteuerung der Maschinen stattgefunden hat, weil an diesem Morgen eben auch falsche Maschinen, falsche Radarsignale und so sowieso im Einsatz waren. Aber das wäre ja alles rauskriegbar, wenn man die Black Box, sozusagen den Stimmenrekorder aus dem Cockpit uns präsentieren würde und zeigen könnte und abspielen könnte, was darauf passiert ist. Ja, das ist ja eben das Verrückte. Im World Trade Center-Shot sind angeblich Ausweise der Hijacker dieser Islamisten gefunden worden. Die nicht verbrannt sind. Die nicht verbrannt sind, die auch prima aussehen. Wir haben da ein Foto auch im Buch. Und gleichzeitig die unkaputtbaren Black Boxes. Jedes Flugzeug hat zwei, insgesamt gibt es acht. Die wurden in New York angeblich nicht mehr gefunden. Und das ist so einer der vielen, vielen Punkte, wo man Zweifel hegen muss, ob tatsächlich dieses ganze Verbrechen richtig untersucht wurde. Ich habe das starke Gefühl, dass dies alles nicht passiert ist. Und deswegen wir bis heute einer Geschichte aufgesessen sind, die uns erzählt wird, die schlicht und ergreifend nicht wahr ist. Fragezeichen gibt es da viele, auch bei unseren Zuschauern, die anrufen wie wild. Schönen Dank dafür. Wir gehen zuerst zu Herrn Witzel. Hallo Herr Witzel. Ja, guten Tag ins Studio. Es gibt ja noch zwei Sachen, die genauso unwahrscheinlich aussehen. Einmal vor dem 11. September und einmal nach dem 11. September. Ich fange mal an mit dem ersten. Und zwar die Mondlandung soll ja auch angeblich nicht stattgefunden haben. Und zweitens, nach dem 11. September, diese Ermordung oder angebliche Ermordung des Ladens. Da sind ja auch viele Zweifel. Die Leiche war sofort verschwunden. Und da hätte ich gerne mal von Herrn Bröckers gewusst, wie er zu diesen beiden Sachen steht. Einmal die Mondlandung, einmal die angebliche Ermordung Bin Ladens. Also zur Mondlandung kann ich nichts sagen. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe als Kind diese Mondlandung am Fernsehen gesehen und gehe bis heute davon aus, die hat so stattgefunden. Was jetzt die zweite Frage betrifft, Osama Bin Laden, der ja angeblich am 1. Mai diesen Jahres erwischt wurde, in einem Haus in Pakistan. Da habe ich mir gedacht, als diese Nachrichten kamen, ja das ist ja in gewisser Weise das i-Tüpfelchen auf all dem, was bisher schon von Bin Laden bekannt war. Aber, dass man, wenn er tatsächlich der Haupttäter dieser Geschichte ist, dass man ihn dann nicht am Schlafhütchen sich nimmt, ihn verhört erstmal, um noch mehr rauszukriegen über den Terrorismus, ihn dann vor ein ordentliches Gericht stellt, ihm nachweist, was er getan hat und ihn dann verurteilt. Das zeigt ja eigentlich sehr deutlich, dass überhaupt kein Interesse daran besteht, diese Tat aufzuklären. Das FBI sagt ja selbst, wir haben keinen konkreten Beweis zum 11. September gegen Bin Laden. Er soll Botschaften in Afrika angegriffen haben mit Bomben und so weiter, aber was den 11. September betrifft, hat das FBI selbst überhaupt keinen Beweis. Aber er wurde als Täter eigentlich kurz nach den Anschlägen sofort präsentiert, der Welt. Ja, das war überhaupt, ist ja der Grund, warum ich angefangen habe darüber zu schreiben, weil mir so nach einer Stunde auffiel, Osama Bin Laden wird zum ersten Mal genannt als möglicher Verdächtiger, das ist ja auch noch okay, aber innerhalb der nächsten Stunden mutierte er dann sozusagen schon zum einzigen Hauptverdächtigen und wir haben seitdem auch überhaupt niemand anderen mehr als Verdächtigen präsentiert bekommen. Und wenn man sich dann anschaut, dass der Bin Laden ja in den Jahrzehnten zuvor ganz eng mit den USA und der CIA zusammengearbeitet hat, ja, dann muss man sich schon fragen, was wird denn hier eigentlich gespielt? Und die Amerikaner sind einerseits, behaupten sie, überrascht worden von diesem Angriff. Niemand hätte damit gerechnet, dass Terroristen Flugzeuge entführen. Gleichzeitig hat das Militär das gerade trainiert, das hat Frau Condoleezza Reis aber niemandem erzählt. Und zum anderen hat man, ja, mit Bin Laden seit Jahren, wie gesagt, Geschäfte gemacht und... Er sollte die Taliban, also die Russen letztendlich mit seinen Mujahedin da rausbreiten. Und er ist von den Amerikanern ausgebildet und aufgerüstet worden. Und das Haus, wo man ihn dann gefunden hat, wo er mit seinen drei Frauen... Wir zeigen das mal kurz, wir haben ja die Zuschauer, wir können das ja alles, wir sind ja beim Fernsehen mit Bildern unterlegen. Wir schauen mal kurz rein in diesen Film, der vom Tod, der Tötung von Osama Bin Laden handelt. So sah es vor Ort aus, als im Schutze der Dunkelheit Osama Bin Laden am frühen Morgen des 2. Mai 2011 von Spezialeinheiten der Navy Seals im zweiten Stock seines Anwesens in Abbottabad erschossen wurde. Um 5.31 Uhr erklärt Präsident Obama, Bin Laden offiziell für tot. Guten Abend. Um 7.26 Uhr spricht man auf CNN erstmals von einer Tötung durch Kopfschuss. Um 19.10 Uhr steht fest, die DNA stammt zu 99 Prozent von Bin Laden. Bereits um 3.41 Uhr am folgenden Tag, also keine 24 Stunden später, wird der Leichnam an geheimer Stelle im Arabischen Meer bestattet. Eine Nation jubelt. Goodbye! USA! USA! Den Jubel kann jeder verstehen, der in New York oder überhaupt in den USA, das Land wurde zum ersten Mal in seiner Geschichte angegriffen. Herr Witzel, viel Spaß beim Lesen dieses Buches. Es ist hochinteressant. Wir bedanken mich für diesen Anruf und wir gehen gleich weiter zu Frau Eckhardt, die hier auch schon lange in der Leitung wartet. Hallo Frau Eckhardt. Hallo, guten Tag. Ihre Frage bitte. Ja, herzliche Grüße aus dem windigen Strahl Sonnt. Ich bin weit entfernt. Ich grüße die Herren. Und ich habe eine Frage. Wie schwierig war es, diese Informationen zu bekommen, diese Quellen anzuzapfen? Das beeindruckt mich sehr, was ich in dieser kurzen Zeit hier höre. Noch mehr freue ich mich, das lesen zu können. Sie können es gleich lesen. Das Buch geht zu Ihnen. Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Eckhardt. Danke. Ich bin ja leider, oder ich bin kein Staatsanwalt und kein Richter. Ich kann keine Zeugen zitieren. Ich kann nicht die Freigabe von Akten beantragen. Was ich tun kann als Autor und Journalist ist, öffentliche Quellen zu konsultieren. Und was wir jetzt, mein Kollege Christian Walter und ich, für dieses Buch gemacht haben, ist, dass wir uns nochmal diesen 9-11-Report, den Abschlussbericht, den 600-seitigen, genau angeschaut haben. Und dann den Behauptungen dort nachgegangen sind, anhand öffentlich zugänglicher Quellen. Und finden schon alleine über dieses Material, was man, ja sozusagen, was jedermann nachlesen kann oder nachprüfen kann, Dutzende von Ungereimtheiten. Jedes einzelne dieser Kapitel. Es sind 38 Kapitel im Buch. Unter jedem nennen wir die Zeugen, die gehört werden müssen und die Akten, die gegebenenfalls freizugeben sind. Und jedes einzelne dieser Kapitel würde bei einem normalen Gerichtsverfahren sofort zu einer Wiederaufnahme führen. Warum wird das nicht gemacht? Warum wird es mit diesem Abschlussbericht auf sich beruhen lassen? Und selbst die Amerikaner glauben ja nicht alle 100 Prozent, dass das so stimmt, wie jetzt die offizielle Variante ist. Der 11. September war ja nicht nur ein schreckliches Verbrechen, sondern wird seitdem ja eben auch benutzt. Unsere Bundeswehr, um das auch nochmal zu erwähnen, ist wegen des 11. September in Afghanistan. Wir sind da auf der Jagd nach Bin Laden bzw. seinen Terroristen. Nur deshalb sind unsere Soldaten jetzt da. Die USA haben Krieg in Afghanistan und in Irak begonnen und stets ist der 11. September die Begründung. Also die Nichtaufklärung dieser Tat hat politische Gründe. Der 11. September und diese neue Bedrohung durch den Weltfeind Islamismus, nachdem der Kommunismus 1989 abgestorben war. Aber der existiert doch. Es gibt doch militante Muslime. Es gibt natürlich Dschihadisten. Es gibt Dschihadisten. Es gibt militante Muslime. Es gibt verrückte und gefährliche Selbstmordbomber. Und, und, und. Nicht zu bestreiten. Aber dass die A solch einen hochkomplexen, komplizierten, logistischen Anschlag durchführen konnten wie den 11. September, ist äußerst unwahrscheinlich. Und zum Zweiten, was uns hier immer auch mit Angst vor dem Terror und es hieß doch nach dem 11. September, ja überall sitzen Schläfer. Die können, die warten nur auf den Anruf von Osama und jagen dann unsere Fußgängerzonen hoch. Wir haben hier in den letzten zehn Jahren keinen Terrorismus erlebt. Heute wurde erst wieder eine Truppe hochgenommen. Der Sauerlandprozess hat gezeigt, dass da konvertierte Muslime... Ja, der Sauerlandprozess und viele andere Sachen sind hier in den Medien groß gefahren worden. Wenn man aber mal genauer dahinter guckt, dann sind das, sag ich jetzt mal ein bisschen verharmlosend, harmlose Bubis, die sich mit verrückten islamischen Ideologien ein bisschen heiß gemacht haben, aber keine Terroristen, die jetzt... Aber Herr Brückers, glauben Sie im Ernst, dass die Amerikaner dieses Attentat selber gesteuert haben, dass sie 3000 eigene Landsleute umbringen? Man kann sich das schwer vorstellen. Wir wollen das ja auch nicht uns vorstellen. Wir wollen nicht die Vorstellung haben, dass unsere gewählten demokratischen Volksvertreter, die ja doch die Guten sind, dass die im Geheimen solche Geschichten planen, um Kriege zu führen. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, aber wenn man sich den 11. September genauer anschaut, und ja, das haben wir gemacht hier in dem Buch, dann muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und das große Problem ist da, was der Psychologe kognitive Dissonanz nennt, dass man eigentlich automatisch dazu neigt, etwas, was man wahrnimmt, aber was überhaupt nicht in sein Weltbild passt, dann zu verdrängen und auszublenden. Deshalb schauen auch die großen Medien nicht auf diese Berge von Widersprüchen. Und ich würde sagen, es wäre doch der kleinste gemeinsame Nenner und das Einfachste, wo wir uns alle drauf einigen können, dass wir fordern, lasst uns diesen 11. September nochmal, und zwar diesmal richtig, kriminaltechnisch, staatsanwaltschaftlich, rechtsstaatlich untersuchen. Wir haben auch internationale Strafgerichtshöfe in Den Haag und sonst wo, da packen wir alle möglichen Täter hin. Gut, die Amerikaner haben dem nicht zugetreten, die aus gutem Grund. Dennoch denke ich, eine Neuuntersuchung dieses Verbrechens ist absolut notwendig, weil damit ja bis heute auch Politik gemacht wird. Es gibt Widersprüche und es gibt auch Widersprüche um den sogenannten Haupttäter Mohamed Atta, und auch das gucken wir uns mal noch ein bisschen genauer an. Bei der Überprüfung der Beweise stößt Bröckers auch auf Widersprüche, die den Attentäter Mohamed Atta betreffen. Nach zwei Tagen wurden dann die definitiven Beweisstücke in Boston am Flughafen entdeckt. Zwei Koffer oder Taschen von Mohamed Atta, die versehentlich als einziges Gepäckstück dieses ganzen Flugs nicht mit an Bord gekommen waren. Und in diesen Taschen finden sich denn abenteuerliche Materialien, wie zum Beispiel sein Testament, wo man sich fragt, ja, wenn er das wirklich als Testament verstanden hat, warum nimmt er es dann mit dem Flugzeug, in dem er dann verbrennt? Das ist völlig grotesk und absurd. Und von daher musste man von Anfang an Zweifel hegen, dass diese Beweise wirklich echte Beweise sind. Sie haben allen Anschein, dass es gelegte Beweise sind, also Fundstücke, die gefunden werden sollten. Jetzt lese ich, Herr Bröckers, bei Ihnen so ein bisschen raus, es könnten ja diese 19 Araber gewesen sein, die aber möglicherweise gesteuert wurden von einer finsteren, höheren Macht. Nicht von einer finsteren, höheren Macht, sondern von verschiedenen Geheimdiensten. Obwohl, die kann man als finstere, höhere Mächte bezeichnen. Es ist klar und evident, dass zum Beispiel die beiden, der Hijacker, die da in San Diego gelebt haben, Al-Hasmi und Al-Mittar, dass die von vorn bis hinten betreut wurden von Agenten des saudischen Geheimdienstes. Die haben auch Geld von denen bekommen, die haben in keiner Weise irgendwie sich getarnt oder so, die standen sogar im Telefonbuch, haben also ganz öffentlich dort gelebt und überhaupt nicht so, wie man es von einem Terroristen, der diese Tat plant, erwartet. Sie haben auch vor dem 11. September selbst noch Ihre Parktickets bezahlt, in vielerlei Hinsicht sich nicht so verhalten, wie man es von einem Menschen... Aber wie irre ist das? Man bezahlt das Parkticket und macht danach einen Selbstmordattentat? Ja, das ist in dem Auto, wo denn vier von denen mit nach Boston gefahren sind. Da findet das FBI denn einen Zettel und da steht drauf Osama, Doppelpunkt 78354, die Telefonnummer. Und wenn wir beide sowas in ein Drehbuch schreiben würden, hier bei der Fernsehspielredaktion abliefern, da würde uns der Redakteur sagen, nee Leute, also ein bisschen subtiler, so plump und so dick auftragend, das muss doch nicht sein. Aber so sind diese ganzen Spuren da. Und das zeigt meines Erachtens deutlich, dass diese Hijacker nicht wussten, was sie da tun und dass diese Spuren, die da gefunden worden sind, nicht echt sein können. Einerseits soll Mohammed Atta der Planer und der Chef dieser ganzen Truppe gewesen sein, also ein hochintelligenter Krimineller. Und andererseits hat er in seinem Koffer das Testament, die Meldebescheinigungen von der Uni in Hamburg und noch diverse andere Sachen, die dann zwei Tage später überall in der Zeitung stehen. Das macht niemand, der so ein kluger Krimineller ist und so eine Tat ausführen kann. Wir haben Frau Zenz am Telefon. Hallo Frau Zenz. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Und erst einmal herzlichen Dank, dass Sie immer so tolle Gäste zum Café einladen. Herr Brückers, Sie haben vieles angesprochen, wo ich auch sage, nach dem Schock, nach den schockierenden Bildern stellt man Fragen. Und dass Sie das jetzt in einem Buch zusammenfassen, finde ich also bemerkenswert, erstaunlich mutig. Und daher meine Frage, woher nehmen Sie als freier Journalist diesen Mut, andere, die das auch denken, nochmal schriftlich, dass man es nochmal nachlesen kann. Und Zusammenhänge. Denn spüren, glaube ich, oder denken, tun viele Menschen so wie Sie. Haben Sie Angst manchmal, dass diese Recherchen sind ja auch für gewisse Leute gefährlich? Ich habe eigentlich keine Angst. Ich habe halt nach dem 11.09. öfter bedauert, dass ich keinen ordentlichen Beruf gelernt habe, sondern nur Journalist, weil ich den Eindruck habe, dass den Großteil unserer Branche sozusagen völlig versagt hat. Dass am 11. September und danach die großen Medien ihre Pflichten des Nachfragens, der Recherche, des kritischen Blicks... Warum machen die das nicht? Das frage ich mich seitdem ehrlich gesagt auch. Und dass meine Bücher so hohe Auflagen erzielt haben und in viele Sprachen übersetzt worden sind, das hat, glaube ich, wenig mit meiner Genialität oder so zu tun, sondern es hat schlicht damit zu tun, dass der Rest der Kollegen dieses Thema ignoriert. Und da ist bei vielen einfach auch eine Schere im Kopf. Da muss gar nicht jetzt irgendwie man sich vorstellen, da läuft der Zensor auf dem Redaktionsfloor rum und schneidet da einem irgendwas raus. Das haben die Kollegen schon drin. Und ich habe eigentlich, würde ich sagen, nichts anderes gemacht mit dieser Arbeit, als das, was jeder Journalist, der sein Handwerk irgendwie gelernt hat, hätte tun müssen. Und dass das so viele nicht gemacht haben, führt dazu, dass ich da jetzt nicht alleine, aber sozusagen eine erschreckend kleine Minderheit... Jetzt gibt es ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, diese Theorie wird auch im Buch mehrfach gemacht. Es waren Sprengladungen, die diese Hochhäuser zum Einschutz gebracht haben. Und unterbaut wird das durch dieses berühmte Gebäude Nummer 7. Das hatten wir alle nicht auf dem Schirm, aber ist nach den Anschlägen noch ein kleines Gebäude zusammengefallen. Und zwar ganz plötzlich. Kein kleines Gebäude. Das wäre hier in Deutschland das zweithöchste Haus. Das hat 47 Stockwerke, ist über 100 Meter hoch. Und dieses World Trade Center 7, was einiges wegsteht von den beiden Haupttürmen, die 400 Meter hoch sind, deshalb wirkt das daneben dann klein, das stürzt nachmittags um 17 Uhr dann zusammen. Und zwar, und das ist für viele Leute, die sogenannte Smoking Gun, also der Beweis, dass am 11.09. etwas nicht stimmen kann, weil diese 47 Stockwerke stürzen in 10 Sekunden zusammen. Versuchen Sie mal, in 10 Sekunden bis 47 zu zählen. So schnell, also wie in Kartenhaus und alle Experten. Mittlerweile gibt es eine Vereinigung von über 1000 Architekten und Ingenieuren. Ich bin kein Baustatiker. Aber die sagen, das ist eine kontrollierte, controlled demolition, ein kontrollierter Abriss gewesen und kann überhaupt nie und nimmer durch die Bürofeuer, da haben also im 9. und 13. Stock so ein paar Büromehl übergebrannt, weil Trümmer von den Türmen rübergefallen waren, das kann diesen Zusammenbruch nicht erzeugt haben. Und 2007 haben ja Wissenschaftler im Staub vom World Trade Center auch Spuren gefunden, die eindeutig darauf hinweisen, dass Sprengstoffe dort zum Einsatz kamen. Das ist auch in der angesehenen Physikzeitschrift dann veröffentlicht worden, dieses Gutachten, mit dem Ergebnis, nicht dass weitere Wissenschaftler das nochmal untersucht haben, sondern die Chefredakteurin wurde entlassen. Wir schauen jetzt, weil wir gerade über Crown Zero reden, mal direkt nach New York, wo sich die verwundete Stadt rüstet für die Gedenkfeierlichkeiten am Sonntag. Unser ARD-Korrespondent Thomas Roth fasst für uns mal direkt an der Baustelle des Crown Zero die Gefühle der New Yorker und das, was dort passieren wird, zusammen. New York Ground Zero vor dem 10. Jahrestag. Man spürt schon, wie die Stimmung in der Stadt sich verändert. Die Angehörigen der Opfer bereiten sich jetzt schon darauf vor, dass sie dann am Sonntag bei der Gedenkfeier auch der Opfer ihren Angehörigen also gedenken können. Sie waren übrigens lange enttäuscht, weil sich unmittelbar nach dem Terroranschlag relativ wenig getan hat. Natürlich war in der ersten Zeit gar nicht klar, was macht man mit einem so geprägten und gezeichneten Platz. Soll da überhaupt gebaut werden, wenn ja was. Und am Ende ist es aber dann doch dazu gekommen, dass inzwischen viel zu sehen ist, was hier gebaut wird. Insbesondere die Gedenkstätte, die vielen New Yorkern sehr wichtig ist, wird am Sonntag eröffnet werden. Übrigens im Beisein von drei amerikanischen Präsidenten, auch das zum ersten Mal an einem Gedenktag mit diesem furchtbaren Terroranschlag. Es wird Bill Clinton sein, es wird George W. Bush sein, es wird aber auch Präsident Barack Obama sein. Sie werden, so ist uns bedankt gesagt worden, keine großen Reden halten, sondern allenfalls kleine Statements abgeben, vielleicht ein Stück Literatur verlesen. Alles in allem, es wird ein, denke ich, sehr emotionaler zehnder Gedenktag oder Gedächtnistag an diesen furchtbaren Terroranschlag werden am kommenden Sonntag hier an Ground Zero. Thomas Roth war das für uns aus New York. Jetzt ist am Sonntag der zehnte Jahrestag, wenn Sie zum Schluss eine Forderung an Ermittler stellen könnten. Welche wäre das, kurz und knackig formuliert? Naja, das wäre erstmal ganz grundsätzlich diesen ganzen Fall von vorn bis hinten sozusagen, nochmal neu zu untersuchen. Die offizielle Ermittlung, die es gab, war keine Ermittlung, die diente nicht der Aufklärung eines Verbrechens, die diente einzig und allein dazu, Schaden von der amtierenden Regierung fernzuhalten. Dieses Verbrechen des 11. September ist bis heute nicht aufgeklärt. Und das ist die Forderung. Man muss sich da gar nicht auf spezielle Punkte kaprizieren. Wir haben hier, wie gesagt, Dutzende in dem Buch, wo jeder alleine eine Neuuntersuchung notwendig macht. Und ich denke, wem Demokratie und Rechtsstaat noch irgendwas wert sind, der muss sich dieser Forderung anschließen. sonst sind wir wirklich in einer Bananenrepublik, wo Kriege geführt werden können auf Basis von Lügen. Und ich glaube, das will niemand und deshalb müssen wir diesen 11. September neu untersuchen. Matthias Brückers, herzlichen Dank für Ihren Besuch, für dieses Buch, das jetzt auch in Spanien verlegt wird, vielleicht ja auch ins Englische irgendwann mal. Das erste ist ja schon in Englisch, bei dem müssen wir abwarten. Okay, vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Morgen.